Also vor allem auf Social Media wird diese Form, extreme Form von Schönheitsformen gepusht, aber schlussendlich, was passiert ist, dass die alle gleich aussehen. Es ist weder schön, es ist charakterlos. Hello, hello, beautiful world. Here we are. Heute gibt es Real Talk und mein heutiger Gast ist ein enger Freund von mir und ich bin absolut von seinem Mindset inspiriert worden, denn Daniel Lano ist ein junger Unternehmer und er hat mir gezeigt, dass man in jungen Jahren sich von der äußeren Welt nicht manipulieren kann. Welcome to my podcast. Vielen Dank, Mira. Ja, es freut mich richtig, dass wir heute diese Konversation führen können. Ich will, dass es wirklich so ist wie im Hilton letzte Woche. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Also diese Conversation beim Hilton war wirklich berührend. Ja, deep. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich den Podcast mit dir drehe. Aber wir fanden auch nicht wirklich so ein Thema dazu. Wir fanden uns einfach gegenseitig spannende Menschen und jetzt haben wir etwas gefunden, das ich denke auch nicht nur uns, sondern auch ganz viele andere betrifft. Genau. Darf ich dich jetzt fragen, wie alt bist du nochmals? Ich bin 21. Genau. Ein Bart lügt, aber ich bin 21. Also erstens alle, die zuhören und nicht das Video anschauen. Er sieht wirklich mega hot aus. Ich darf das sagen. Ja, ich lobe meine Freunde sehr gerne bis zum Himmel. Es ist so. Aber dein Mindset macht dich umso schöner. Weil mit 21 hatte ich auch eine Selbstfindung. Ich bin voll in die spirituelle Welt abgetaucht. Und weisst du noch das erste Meeting, bevor ich nach L.A. bin, hatten wir ja drei Stunden Kaffee getrunken an einem Sonntagnachmittag. Und ich war von dir hin und weg. Dein Mindset. Hey. Das hat mich wirklich geflasht. Also ich bin noch nirgends mit meinem Mindset, aber ich denke, solche Conversations trifft man selten. Und ja, ich denke, so wie auch diese Conversation, wird auch diese Podcast-Episode spannend sein. Ja, du weisst, wieso wir heute hier sind. Weil du hast wirklich beim letzten Treffen gesagt, das werde ich nie vergessen, du bist nach dem Militär zu deiner Mama. bist einfach auf die Couch. Und du hast geheult. Ja. Ein starker, großer Mann, so wie du. Ja, hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer als Mann, es ist eine Schwäche, zu heulen und seine Emotionen zu zeigen. Aber dort bin ich wirklich kollabiert. Und das ist eigentlich eine Story, die ich gerne auch mit teilen will. Der Welt teilen will. Der Welt. Hello World. Aus dem Grund, dass im Nachhinein habe ich einfach realisiert, wie viele das betrifft. Und um was es geht? Es geht um Körperdysmophie. Und auch um einfach eine falsche Vorstellung, was ein gesundes Leben ist und gesunde Diät. Und eigentlich, so lange ist damit angefangen, schon in der Kindheit, als ich, das ist eine lustige Story, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich wurde von einem Mädchen im Kindergarten gemobbt. Und jede Pause wirklich wurde ich von ihr irgendwie geschlagen oder irgendwie ausgelacht. Und das hat mich wirklich zutiefst berührt. Und an einem Punkt habe ich gesagt, ich muss etwas ändern. Und dann bin ich jeden Morgen früher aufgestanden im Kindergarten. Im Kindergarten. Okay. Und habe gesehen, dass mein Vater ab und zu Sport treibt und fünf Kilo Handeln hat. Und so hat Biceps Curls gemacht. Also damals wusste ich nicht, wie das hieß, aber habe ich einfach mal kopiert. Ich habe einfach jeden Morgen so etwa 20 Stück davon gemacht. Und das für ein halbes Jahr. Und dann kam eine große Rache. Ich habe mich einmal verteidigt und da hat sie mich nie wieder berührt. Und seitdem habe ich mich eigentlich immer fasziniert mit Sport, Gesundheit und führte eigentlich immer ein gesundes Leben, ein normales Leben. Aber so im Alter, wo ich im Gimmi war, das heißt so zwischen zwölf Jahren, dann habe ich wirklich angefangen, eigentlich so das typische Fitness, diesen typischen Fitness-Lifestyle zu verbringen. Fitness-Wahn. Genau. Aha. Und du bist der Generation Z. Genau. Gen Z. Gen Z. Da beginnt es ja schon 2000, let's say, Ich glaube 1999 oder 2000. Ja. Das ist ja Gen Z. Aber bei dir, also dieser Fitness-Wahn, war ja auf Social Media. Ja, ja, genau. 2014, 2014. Weil das hat mich ja damals auch voll inspiriert bei der Miss Schweiz, weil alles auf Instagram, oh mein Gott, was machen die und ich will auch ultra dünn sein und, und, und. Genau. Und eben, dann habe ich mich einfach, ich begann mich zu informieren, wie ich halt noch besser Sport treiben kann, wie ich gesünder essen und dann kam der erste Influencer und der hat halt gesagt, ja mach mal, du musst jetzt 20 Minuten jeden Tag machen, an Übungen. Da habe ich seine Videos geschaut, die Übungen gemacht. Ich merkte, oh, es gibt ja auch noch einen anderen Influencer, der über Diät spricht, der sagt, ja, muss er mehr Proteine essen und mehr Kohlenhydrate. Begann ich mehr Proteine zu essen, mehr Kohlenhydrate. Und das wurde eigentlich immer extremer und extremer und ich schaute eigentlich immer mehr und mehr von diesen Videos an, wie man so ein bisschen den perfekten Körper gestaltet. Ich begann auch, diese Identität zu bilden bei einem Freund, dass ich Dani der Sportliche, Dani, der mit dem Sixpack. Genau, du gehst jetzt ins Kaufleuten und man stellt dich vor, das ist Dani der mit dem guten Körper. Genau. Also wirklich, es ist, man merkt es fast nicht selber, aber man bildet wirklich schnell eine Identität mit seinem Aussehen, wenn man halt auch darauf viel wertschätzt. Und wenn ich, wie du gesagt hast, also im Ausgang, wenn jemand mich introduzt, sagen, es war es immer, ja, das ist Dani, der hat einen krassen Körper. Das ist Dani, der hat fast kein Körperfett. Und eben, das wurde eigentlich immer, immer zu so einem Zyklus von immer mehr und mehr extrem auf die Diät schauen, immer extremer auf den Sport. Und wie du gesagt hast, im Militär hat sich dann eine große Veränderung gemacht. Und das ist, weil dort war es eigentlich am extremsten. Ich ging, ich wurde ins Militär aufgerufen, im Januar 2023, ging ins Militär und die führten halt eigentlich ein gesundes Leben, wie absurd das auch tönen mag, aber das Militär ist nicht beeinflusst von all den Content Creators, Influencers. Die haben einfach das gemacht, was eigentlich wirklich normal und gesund ist. Und für mich war das halt ungewöhnlich und ich wollte immer noch meinen Lifestyle führen von Healthy Fitness, so Influenza-Style, Lifestyle. Aber was kann man sich vorstellen, was da gekocht wird und wie man im Militär isst? Genau, also es ist nicht gesund, aber es ist... Aber ihr habt ja eine Kraft, ihr braucht Kraft und Stärke für den Tag. Es ist normales Essen. Es ist normales Essen. Es ist nicht irgendwie hoch an Proteine, hoch an Kohlenhydrate, kein Fett. Es ist ganz normales Essen. Und der Sport ist nicht Pumpen vor dem Spiegel, sondern Joggen, Rumpfübungen, Kampftraining, eigentlich das, was auch nützlich ist. Oldschool. Oldschool. Und zum die Geschichte beenden, im Militär, da sie mich gepusht haben, eigentlich in so ein normales, gesundes Leben zurückzukommen, habe ich ihnen so überreagiert und dagegen reagiert. Und da habe ich immer extremer und extremer mich ernährt. Ich habe fast nichts mehr gegessen, damit ich noch dünner werde, noch leaner. Ich habe immer mehr und mehr Sport gemacht. Und das, nach etwa acht Wochen war ich bei etwa drei Prozent Körperfett. Profisportler. Also, das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Also, Bodybuilders, für die, die nicht so etwa die Messwerte nicht wissen, Bodybuilders, die liegen bei ihrem Höhepunkt, also, wenn sie auf die Bühne gehen, bei sechs Prozent etwa. Und das nur für eine Woche, halten sie das aus und dann nehmen sie wieder aktiv zu, weil sie wissen auch, dass das ungesund ist. Genau. Und ich war bei drei Prozent permanent. Und eben immer weniger, weniger Fett, immer, immer mehr Sport. Und und das führte, und dann immer noch mehr und mehr Content und das, das ist wirklich konsumiert. Konsumiert, wie man noch gesünder, noch sportlicher sein kann, noch weniger Fett. Ich begann auch Sachen zu posten auf Social Media. Ich wurde eigentlich selber auch so zu diesem Influencer, der all diese, diese extreme, also diesen Influencer Healthy Lifestyle vorantreibt. Und ab etwa Woche acht fing eigentlich alles ein bisschen zu kollabieren. Ich begann, Binge-Eating-Probleme zu haben. ich begann, noch mehr Sport zu machen, weil da ich nachher plötzlich am Samstag extrem viel essen musste und wollte, dachte ich, dass ich wieder fett werde. Am Tag ist, wenn du nach Hause gehst. Genau, wenn ich nach Hause gehe vom Militär, wenn ich die ganze Woche nichts gegessen habe und nur Sport getrieben habe, kam ich zurück, musste, war einfach kaputt. Plötzlich hatte ich einen enormen Hunger, also dieses Binge-Eating. Ass, enorm fiel dann am Morgen, dachte ich, ja, ich werde jetzt wieder fett, habe extrem viel Sport wieder gemacht, also wirklich, das war eigentlich 30 Kilometer Rennen, dann nochmal eine Stunde Workout und dann am Abend nochmal vielleicht ein Workout und das wurde immer extremer, extremer. Ich ging immer in diesen Zyklus mehr und mehr rein, bis ich wirklich etwa nach Woche zwölf nach Hause gekommen bin und einfach kollabiert bin vom Boden. Ich hatte wieder enorm Hunger, meine Beine schmerzten, meinen Körper schmerzte und am nächsten Morgen ging ich zu meiner Mutter, wie du gesagt hast, am Anfang vom Podcast viel aufs Sofa und fing an zu heulen. Rock bottom. Ja. und eigentlich, was ich daraus realisiert habe, ist, das ist all diese Influencer und diese Diäten, das ist alles mit einer Geldmotivation auch dahinter und ist schlussendlich eigentlich nicht ein gesunder Lifestyle. und das kommt davon, dass es halt sehr Bild, also Such nicht die Wörter, du kannst genau so sagen, wie du es fühlst, weil es gibt keine Fehler. Ich bin zum Ernst, ja, deshalb sind wir heute hier. Viele ja, also diese ganze Fitnessindustrie, die pusht dich in eine Welt und vor allem mit Social Media ist das jetzt umso mehr relevant, weil man halt immer diese Bilder sieht von Superkörper, aber das ist nicht gesund. Also wenn ein einfacher Gedanken, also eine einfache Frage, die man beantworten kann, so als Gedankenexperiment, ist, wenn du meinst, dass ein Sixpack und diese Hercules-Form von Körper gesund ist, dann liegst du falsch. Und ich hab's, du kannst es versuchen, ich hab's versucht und hab's erlebt und ich kann sagen, es ist nicht gesund. Ich hab Hormonverlust erhalten, ich hab Libidoverlust, ich hab Haarverlust gehabt und ich hab das nicht realisiert. Ich dachte, das war irgendwie, weil ich mich nicht gesund ernähre oder so und dann bin ich noch extremer ins gesunde Leben, also falsche gesunde Leben gegangen, aber das ist eigentlich alles, ähm, ja, diese Fitnessindustrie, die pusht mich in den Manipulation. Genau, ist alles manipuliert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wurde ja selbst auch manipuliert. Ja, öfters, vor allem, als ich kein Selbstvertrauen hatte, hatte ich mein Selbstvertrauen bei all diesen tollen Influencern gesucht und ich bin mega happy, dass ich heute so lebe, wie ich lebe. Ich bin mega sportlich, ich ernähre mich vegan, ich weiß, was meinem Körper gut tut und was nicht. Ich kommuniziere nicht alles gegen außen, weil ich nie jemandem ein Beispiel sein möchte, dass du musst nur so essen. So do your thing, aber es soll dich inspirieren, grüner zu essen. Genau, das ist so meine, meine Message, dass ich nach draußen kommunizieren möchte. Weil jeder Körper ist so anders und wir sind alle in irgendwelchen Zyklen ja auch drin. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast beim Essen, wenn du mal Lust hast, dann dein Körper weiß es genau, was er braucht. Weißt du noch, bei einem Buffet? Absolut. Ja, genau. Ja, das ist auch so eine Sache. Zum Beispiel diese ganzen Influencer, die sagen, ja, man muss viel Protein essen oder zum Beispiel nur Keto, also nur Fett oder sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Protein und kein Fett. Du hast schon alles ausprobiert? Ich habe alle, also wirklich, ich habe wortwertig alles ausprobiert. Wie lange war immer so eine Diät bei dir? Das, je nachdem, also die längste, die ich, das was bei mir, das ich das längste gemacht habe, war viel Protein und viel Kohlenhydrate und wenig Fett. Und wie war der Effekt dieser Diät? Ehrlich jetzt? Ehrlich? Ich habe einen Körper erhalten, der so ein bisschen Herkules-Style war, aber das ist nicht gesund. Also er war aufgepumpt. Er war, also ich hatte sehr wenig, sehr wenig Fett, aber die Nebeneffekte waren Haarverlust, Libidoverlust, Testosteronverlust und ich dachte eben, zu diesem Zeitpunkt dachte ich, das war, weil ich irgendwie ungesund lebe oder zu viel arbeite, aber die Basis war eigentlich die Diät. Ernährung. Und was auch lustig ist, viele, ich, also wenn ich diese Influencer jetzt auf, im Nachhinein alle anschaue, die sehen alle gleich aus. Die haben keine Identität. Und wo ich damals diesen aufgepumpten Körper hatte, meine Eltern, meine Verwandten, Freunde, die mich seit Kindheit kannten, sagten, ja, das steht dir irgendwie nicht, das bist nicht du. Und jetzt, wo ich das ganze Gewicht verloren habe, nach dem Militär, ich ging zu meiner Tante zurück und einer der ersten Kommentare, die sie machte, war, wow, du siehst irgendwie dann jetzt wieder aus. Nicht mehr wie, wie Herkules. Wow. Und das ist eben, weil alle pushen, also vor allem auf Social Media wird das diese Form, extreme Form von Schönheitsformen gepusht, aber schlussendlich, was passiert ist, dass die alle gleich aussehen. Es ist weder schön, es ist charakterlos. Und ja. Man merkt, du hast einen Riesenschift einen Riesenschift gemacht, aber du erzählst es halt aus dem Kern heraus. Es ist nicht so, als würdest du es shit-talken, nein, du warst da drin und du hast alle Stufen erlebt, dass du sogar depressiv geworden bist, was meine Schwester auch sagen kann, nachdem sie eben auf der Bühne Fitness, Bikini-Fitnessmodel war, jeder kommt in dieses Loch dann rein, weil du merkst, du lebst nicht mehr. Absolut. Ich begann auch alles zu tracken zum Beispiel, das ist auch so ein typisches. Kalorien zählen? Kalorien zählen, Proteine zählen. Es ging nicht mehr ums Essen, es ging um die Nutrients. Und ich habe, ich war, als ich dann kollabiert bin, eines der ersten Gedanken, die in meinen Kopf sprangen war, wie fühle ich mich eigentlich? Ich versuche die ganze Zeit zu messen, wie viele Kilometer ich renne. Das war das Thema beim Buffet. Genau. Wie viele Curls ich gemacht habe oder Push-Ups oder wie viele Proteine ich zu mir nahm. Aber ich habe mich nie gefragt, ja, wie fühle ich mich denn? Und das ist auch etwas, was durch diese Fitnessindustrie vorangetrieben wird, ist natürlich auch diese Apps zu brauchen, weil für sie ist das Geld und die Menschen, also ich sehe das auch jetzt mit Apple Watches, die messen alles, wie sich ihr Körper anfühlen soll. Für sie ist, oh, heute war ein guter Tag, ein gesunder Tag, weil ich so viele Kalorien gegessen habe und so viele Proteine und bin meine fünf Kilometer gerannt. Aber man fragt sich selten, wie fühlt sich eigentlich der eigene Körper? Und bei mir war es halt so, dass ich habe es die ganze Zeit verneint. Ich habe die ganze Zeit auf die Apps geschaut und nicht auf mich selbst. und ich ging so ins Extreme, dass schlussendlich der Körper sagte, Stopp! Und ich kollabierte, also wortwörtlich, ich kollabierte. Ich wurde ungesund und ich habe nie meinem Körper zugehört, weil ich immer anstatt mich fragte, fragte ich den Influencer. Anstatt auf mich zu schauen, schaute ich die App an. Oh mein Gott, du warst sexy ungesund, sozusagen. Gibt das überhaupt diese Kombi? Ja, es ist... wirklich... Und das ist wirklich ein Zyklus. Ich kann es genau beschreiben, wie es bei jedem ablaufen wird. Man beginnt mit einem Workout, man sieht so ein bisschen ein paar Videos, beginnt mit dem, dann sieht man auch schon einen gewissen Fortschritt. Man beginnt Bilder zu posten oder auch nicht mal vielleicht auf Social Media, sondern einfach mit Freunden teilen. Man merkt, dass in der Body halt die Menschen auf dich irgendwie anders achten. Mehr Likes. Mehr Likes. Oh wow, ja genau. Und dann bist du, oh wow, okay, jetzt muss ich ein bisschen extremer sein, weil es scheint irgendwie zu funktionieren. Dann gibt es noch mehr Likes. Genau, dann gibt es noch mehr Likes. Dann benutze ich mal diese App, damit ich halt genau weiß, wie viele Proteine ich esse. Dann schaue ich mehr Videos und fange an, nicht nur noch Proteine, sondern eigentlich wirklich Kido zu gehen, weil dieser Influencer hat das gesagt. Und man bildet wirklich so, man fängt dann so eine Identität auf sein Aussehen, auf seinem Aussehen zu reduzieren. Zu reduzieren. Und das ist so banal. also deswegen, du hast jetzt anfangs Podcast, hast du gefragt, wer dieser Typ auf meinem Handy ist im Hintergrund. Ich habe mir bewusst jetzt zum Beispiel auf meinen überall verschiedene Bilder von Personen, die ich wirklich schätze und die mich inspirieren, hochgeladen. die auch nicht mehr lebendig sind. Nicht unbedingt lebendig sind, genau. Und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, also wieso ich das gemacht habe, ist, weil all die Menschen, die ich wirklich bewundere und auch die bewundernswert sind, also jetzt nicht nur nach meiner Meinung, sondern auch generell, die schauen, also klar, die leben ein gesundes Leben, aber schlussendlich was nicht ihr Aussehen, die das bewirkt. Was haben die alle gemeinsam? Also, das Schöne am Menschen und das, was man ihnen stark macht, ist nicht sein Aussehen, sondern seine Seele und was er mit seinen Gedanken erreichen kann. du kannst mir, kennst du zum Beispiel einen Athleten aus dem, sagen wir, 20. Jahrhundert? Kennst du einen aus dem 19. Jahrhundert? Nein. Kannst du mir irgendjemand erwähnen, den du wirklich bewunderst aus dem 20. Jahrhundert? Chanel? Perfekt. Kennt man sie, weil sie hübsch ist? Nein. Eigentlich sogar Madame Verve-Clicquot, 18. Jahrhundert. Genau. Wow. Mozart. All diese Menschen, die sind bekannt und die haben wirklich etwas Schönes erschaffen. Nicht das, weil sie 100 Kilometer gerannt sind, sondern weil sie etwas mit ihren Gedanken und ihre Seele gemacht haben. Und diese Frage hat mich dann auch zum Realisieren gebracht, dass es so egal ist, wie man eigentlich aussieht. Also klar, man soll gesund leben, aber ob du jetzt ein bisschen weniger oder mehr Fett hast, wenn das schlussendlich deine Richtlinie ist im Leben, dann bist du enorm beschränkt. Also und sehr banal. Und ich sehe das einfach jetzt umso mehr auf Social Media, weil dort geht es ums Bild und nicht um den Gedanken dahinter. Und vor allem jetzt auch mit der Fitnessindustrie. Dort ist es halt noch extremer. Weise Worte von einem sehr jungen und weisen Mann. Krass, als wäre irgendwas in dich rein inkarniert worden. Ich meine es im Ernst. Weil das stimmt, was du sagst. Die Arbeit, die sie geleistet haben, das ist das Wow, was wir bei den Menschen sehen. Jetzt meine ich das Aussehen. Wir kennen heute, also wenn ich Chanel sage, denken alle an den Laden, aber kennt man die Frau dahinter eigentlich, wie sie ausschaut? Ja. Ja, absolut. Jetzt, wo du das alles sagst, wie können wir jetzt der Welt da draußen trotzdem einen Tipp geben, weil du kannst auch nicht das Promoten jetzt, also in meinen Augen ist alles und scheiß auf alles, ist ja alles gut und okay, wenn du jetzt mal 150 Kilo bist oder so, da ist ja irgendwo auch ein Maß. Bei dir war es so sexy ungesund. Wie kann man gesund einfach nur sein? Dass man aber auch darauf achtet, was man dem Körper gibt, weil das bewusste Essen ist ja mega wichtig. Ja. Es ist alles, also die absurde Antwort, aber eigentlich die logische Antwort, ist normal. Aber das will keiner hören. Ich sage das jetzt im Podcast und jeder wird wahrscheinlich, die, die jetzt zuhören, meinen, ja okay, super und Was ist normal? Nee, nicht einmal, was ist normal, sondern das hilft mir alles, nicht weiter normal essen. Ja. Was heißt das? Das ist ja genau die Sache. Man erwartet immer irgendeinen Trick, eine extreme Antwort. Eigentlich, der Fehler ist der Fettanteil. Ja. Man soll weniger Fett essen. Oder es ist eigentlich Fleisch, also man soll vegan essen. Oder vegetarisch. Die Antwort ist einfach normal. Es ist eigentlich die ganz, die Antwort, die wirkliche Antwort ist, es ist eigentlich egal. Ist was du willst, in Maßen. Was wichtig im Leben ist, ist nicht, wie viele Proteine du isst, sondern dass du etwas Schönes erreichst im Leben. Und jetzt zu deiner Antwort, um meine Antwort zu deiner Frage zu haben. Normal essen heißt das, was deine Mutter dir in der Kindheit gegeben hat. Habt ihr mal bemerkt, dass dort, wo ihr wirklich glücklich wart und eigentlich gesund, außer in wirklich ganz seltenen Fällen, war in der Kindheit. Also, wenn ich jetzt mich anschaue, in der Kindheit war ich happy, ich hab Sport gemacht, normal, sozial und ich hab alles gegessen, was ich will, aber in Maßen nicht zu viel von, äh, von irgendwie Zuckern, einfach normal. und diese Vorstellung, dass irgendwie Proteine oder Zucker ungesund ist, das ist alles auch eine falsche Vorstellung, die vorangetrieben wird von der Fitnessindustrie, vor allem aus Amerika. Weil in Amerika Menschen essen einfach zu viel und vor allem viel zu viel processed. und das ist effektiv ungesund, weil dort steht mehr, es sind mehr Chemikalien drin als eigentliche, ähm, als eigentliches Essen. Nutrients. Ja. Also da ist mehr Todes als... Vitamine und alles, genau. Genau. Fleisch ist gesund, aber es ist nicht, die Idee, dass Fleisch ungesund ist, es kommt auch von Amerika, weil die essen nicht 180 Gramm oder 150 Gramm, sondern die essen drei Kilo. Genau. Dass Zucker ungesund ist, ist auch eine falsche Vorstellung. Das kommt auch von Amerika. In Amerika hat ein Shake irgendwie 100 Gramm Zucker, die essen diese Process Foods, die haben viel zu viel Zucker. Ja. Dann ist Zucker ungesund, weil dort ist es im Extrem. Ja. In der, hier, also in Europa, in der Schweiz, wir essen, also auch wenn wir mal einen Kuchen essen, das hat normal, also es hat ein bisschen Zucker und man soll auch nicht jeden Tag einen Kuchen essen, ganz normal. Also alles in Maßen, zum Beispiel, ich finde eine gute Regel, die von Michael Pollens kommt, ist, das was eigentlich deine Großmutter dir gegeben hat, das solltest du essen. Würde es deine Großmutter nicht essen, dann solltest du es auch nicht essen. Also wenn, und das, das scheint eigentlich absurd, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großmutter frage, ja soll ich jetzt dieses New Vegan Fleisch Ding essen, sagt sie, was ist das, nein, das will ich nicht essen, ich will, ich will die, das echte Fleischstück. Logisch. Dann auch Kuchen zum Beispiel, Kuchen ist ungesund. Ja, es ist ungesund, wenn man das jeden Tag isst und dann ist es ungesund. Aber im Maßen ist es nicht ungesund. Deswegen gibt es auch den Begriff Sonntagskuchen. Vor allem bei den Großmüttern ist das ja immer noch sehr beliebt. Sehr guter Punkt. Sonntagskuchen. Die essen einfach einmal in der Woche. Der Grund war es einfach, weil man konnte sich das nicht immer leisten früher. Ja. Jetzt hat man halt mehr Möglichkeiten, aber einmal pro Woche etwas Süßes essen, das ist alles gesund, alles im Maßen. Aber wiederum, schlussendlich ist es egal. wenn du so viel Zeit und Energie verschwendest, zu überlegen, wie dein Körper aussieht, was das nächste Essen ist. Erstens, das ist so ein egoistisches Leben, die ganze Zeit zu überlegen, wie ich aussehe, wie ich mich, was ich essen werde, damit ich schön bin, damit ich einen sportlichen Körper habe. Frag dich mal mehr, was kann ich in der Welt... Egoistisch. Stimmt, Ego ist mich. Ja, genau. Ego ist, wow. Keine Ahnung mehr. Krass. Wow. Oh shit, wir sind jetzt auf das gekommen. Das Ego ist mich. Ego ist ich. Genau. So war. Wenn das die ganze Zeit... Und das war bei mir so. Ich hab... Mein Tag war, ich wachte auf, ich hab geplant, wann ich Sport machen kann. Ich hab geplant, was ich essen kann. Und das muss, besser gesagt, was... damit ich meine Nährwerte, also meine Proteine und Kohlenhydrate erhalte. Und anstatt dann mit... mich mit wirklichen Problemen auf dieser Welt zu beschäftigen, habe ich mich halt mit dem beschäftigt. Und anstatt mit Freunden mal eine Pizza zu essen, ging ich dann nicht aus. Ich ging früher schlafen, damit ich halt mein sportlichen, egoistisches Leben weiterführen kann. Wow. Und das sind Real-Life-Themen. Aber was wir auch hinzufügen müssen, ist, dass die neue Welt sich mega verändert hat. Wir sind ja nicht mehr auf dem Land, wir sind jetzt in den Office. Ja. Vom Age to Five. Wir bewegen uns ja wohl kaum. Und du isst dann so viel Zucker, dass du diesen Sugar Spike bekommst, du voll fit bist, dann fällst du wieder in das Loch und dann pusht du dich ja wieder hoch mit etwas, anstatt dieses Level einfach locker zu halten mit der richtigen Nahrung. Es sind so viele Faktoren, was da gerade zusammenspielen auch mit den Produkten da draußen. Und deshalb bin ich so ein Fan von so, wie es Gott geschenkt hat. Das ist auch das Gesündeste. Ja. Oder? Ja. Ich meine, wenn dein Körper… Sorry. Ja, sag nur, sag nur. Wenn du einen Huhn killst, dann ist es auch, Gott hat es so gegeben. Wieso muss man das jetzt frittieren? Ja, absolut. Also wenn das isst, dann isst es einfach plain. Ja, absolut. Und… Ja, also… Aber es sind so viele Faktoren halt. Weil das eine, was wir mit diesem Podcast ja auch bewirken möchten, ist das bewusste Essen und alles im Masse. Aber was denkst du dann auch zur psychischen Depressionen von den Menschen, die halt zu essen greifen? Wie kannst du das dann balancieren? Ja. Was ich auch bemerkt habe, ich war zwar nie depressiv geworden, wegen dem, also vielleicht ein wenig, aber etwas, was definitiv mich beeinflusst hat, ist, dass mein Tag eigentlich, der Reward war entweder Sport, also ein gutes Workout oder eine gute Mahlzeit. Und ich habe dann eigentlich, das war eigentlich mein Dopamin-Hit, sozusagen pro Tag. Nicht Menschen, Konversationen, Bücher, weil man sich so stark auf das, genau, Leben. Es gibt so viel Schöneres und so viel mehr, so viel mehr als nur der Körper und dein Aussehen. Hattest du in dieser Zeit auch eine Partnerin, wenn ich so frage? Nein. Weißt du wieso? Ich habe mir wortwörtlich gesagt, ja, ich brauche ja diese Fitness-Infurt. Die haben ja zehn Freundinnen. Soll ich auch zehn Freunde haben? Und ich habe keine Zeit jetzt für eine Freundin, weil ich ja Sport treiben muss. Ich habe mir auch gesagt zum Beispiel, meine Freundin muss auch Sport treiben. Oh. Weil es dann zu meinem Leben passt. Und bezüglich auch... So ehrlich. Auch etwas, weil ich mich die ganze Zeit verglichen habe mit anderen Influenzen. Und ich kann euch sagen, ich war der, der am wenigsten Social Media gebraucht hat von meinen Freunden. Ich habe zwar ab und zu gepostet, aber ich war vielleicht maximal zehn Minuten, zwanzig Minuten am Tag auf Social Media. Und dennoch hat es mich so stark beeinflusst. Also wenn du was zuhörer meinst, es beeinflusst dich nicht, es beeinflusst dich. Und das ist wirklich krass. Und der Grund auch ist, weil, wieso ich das erwähne, ist, dass ich habe mich die ganze Zeit verglichen mit anderen. Ich habe nicht mich gefragt, wie, was ich erreichen will im Leben. Ich habe geschaut, was cool ist, was in ist, was der schöne Körper ist auf Social Media. also indirekt auf Social Media. Ja. Und zum Beispiel, also die Extremform, also bei mir zumindest, weil ich alles immer getrackt habe mit den Apps, ich habe ein Hungergefühl verloren. Das muss man sich erst auch eingestehen. Ja, immer noch. Was eine App das mit dir machen kann. Ja, immer noch habe ich, weiß ich nicht, ob ich Hunger habe oder nicht. Wieso? Weil mein Leben, also für Jahre, war es, wie viele Proteine stehen auf pro Tag, wie viele Kohlenhydrate. Ich habe nicht geschaut, ob ich Hunger habe, ob das Essen mir gefällt. Ich habe geschaut, pro Mahlzeit. Okay, um diese Zeit vor dem Gym muss ich so und so viele Proteine essen, Kohlenhydrate. Und ich habe die App angeschaut, anstatt mich zu fragen, ob du Hunger hast. Ob ich Hunger habe. Ja. Ihr habt sicher schon mal von der Idee gehört, dass man unbedingt vor und nach dem Sport irgendwie essen soll. Keine Chance. Das ist genau das. Das ist genau das. Ich kann nicht sagen. Frag dich, wenn du meinst, du brauchst Energie, dann iss. Wenn du meinst, du brauchst keine Energie, dann iss nicht. Und das ist einfach ein Beispiel davon, wie man heutzutage so sehr auf Messwerten, die von der Außenwelt kommen, abhängt. Man fragt nie, was will man eigentlich selber im Leben erreichen? Wer bist du? Ich war nicht mehr Dani, der in der Kindheit eigentlich seine ganz natürliche Seele immer auf die Welt ausgelebt hat. so wie meine Tante gesagt hat, wow, du siehst eigentlich jetzt wieder aus wie Dani. Als sie dir das gesagt hat, hattest du so ein Gefühl, ja, jetzt als sie das gesagt hat, ich bin wirklich wieder Dani, ich habe zu mir gefunden. Ja, ich bin gerade vor kurzem, weil ich, ich habe wieder Sachen entdeckt, die ich gerne in der Kindheit machte und wieder Spaß am Leben hatte. Weil ich nicht mehr darauf geschaut habe, was andere cool ist und erhielt wieder eigentlich eine eigentliche Identität, also Dani kann wieder zurück. You have to lose yourself to find yourself. Genau, genau, genau. Das ist ja Serena Gomez' Song. Genau. Sie hat sich einige Male verloren, damit sie sich gefunden hat. Genau, genau. Dann, ich finde es mega spannend, dass es von einem Mann kommt, weil eigentlich haben ja Frauen mega so einen Struggle mit sich selbst, sich zu akzeptieren und wir denken immer, wir machen uns den Druck für euch Männern. Weil in erster Linie bin ich die Überzeugung, die Frau sollte immer für sich alles machen, nicht für einen Mann. Aber es gibt so viele Frauen da draußen, die denken, ich bin auf die Likes angewiesen, auf die Meinungen beim Dating von meinen Typen, ich muss immer hot sein und so. Wir machen das, wir. Schlusszeichen, wir machen das für euch, aber euch geht es ja gar nicht viel besser als uns. Absolut. Was kannst du den Frauen da draußen auf dem Weg mitgeben? Ja, ich bin keine Frau, aber das, was ich auch bei Männern sagen würde, das ist eigentlich, es ist eine universelle Regel für mich, also zumindest mir half es sehr, was das, was ich vorher erwähnt habe. Frag dich mal einfach, wen findest du bemerkenswert als Menschen? Wen in deiner, in deinem Freundeskreis schätzt du wirklich? Und dann frag dich, ist es, weil sie eine Frau ist? Ist es, weil sie ein Mann ist? Ist es, weil sie ein Sixpack hat oder einen Bauch hat? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also so ich, wenn ich meine Freunde und Menschen anschaue, die ich wirklich bewundere und gerne habe, das ist immer kein Thema. Das ist nie die Frage. Ich schätze sie, wegen, wer sie als Person ist und nicht, wie sie aussieht, welches Geschlecht. Du siehst es eben nicht im Äußeren, du siehst es im Inneren. Genau. Und das ist nicht, ich bin mir ziemlich sicher, also klar, viele schauen aufs Aussehen, aber frag dich mal selber, ob jetzt das Frau oder das Mann, das ist meine Antwort zu deiner Frage. Wen schätzt du im Leben? Wen findest du wirklich bemerkenswert? Und wieso? Ist es wegen Aussehen, wegen Geschlecht? Energien? Oh, bei mir ist alles so kunterbunt. Das ist das Schöne an meinem Geburtstag gewesen. Alle waren so unterschiedlich. Ja. Man konnte nicht unterschiedlicher sein als an meinem 30. Und dann habe ich das von meiner besten Freundin gehört, als sie gesagt hat, merkst du eigentlich, was du in dem Raum gerade hast? So viele Kulturen, so viele Sprachen, so viele Formen, Shapes and Forms, whatever. Einfach eins. Das ist World. Ja, das sind Menschen, die wirklich etwas erschaffen, die nicht täglich ihre Kalorien zählen, versuchen, das zu sein, was andere meinen, ist schön oder gut oder bemerkenswert. Sie machen das, was sie ausmacht und für was sie geboren sind oder meinen zumindest, geboren sind und reimt das auch voran. Darf ich dich fragen, was wir Frauen unbedingt über euch Männern wissen sollten? Was beschäftigt euch eigentlich nachts, bevor ihr schlafen geht? Oh, das ist eine gute Frage. Und du bist Gen Z, es ist nochmals eine andere Generation wie jetzt die 90er-Generation, weil wir müssen das auch mal hören. Also, seit die Zukunft. Weißt du was? Ich sag's mal anders. Vielleicht solltet ihr Frauen oder, also, Männer, hört zu. Ich hab geweint auf dem Sofa und ich kann euch sagen, das war eins der schönsten, aber nicht nur schönsten, sondern auch wichtigsten Gefühle, die ich jetzt vor kurzem hatte. Grund dafür ist, ich hab mal auch meine Emotionen gezeigt. Und vor allem Frauen, das ist lustig, aber ihr könnt das sehr schön lesen. Vielleicht bin ich das, aber unter Freunden sehe ich das eher auch, die Tendenz auch, dass Männer, sie können nicht sehr gute Emotionen lesen. Zum Beispiel, wo ich halt diese extreme Diätform führte. Meine Mutter, äh, Freundinnen, also nicht Freunde, die haben, also meine Mutter hat einmal das ein wenig kritisiert, also sie hat sich das, sie hat sich gefragt, Ingrid, das stimmt nicht mit dir. Mit dir? Ja, also mit mir. Ähm, dann ein anderes Beispiel war die Freundin von einem, von einem guten Freund von mir. Ich, ich aß, das war eigentlich genau am Vorabend, bevor ich kollabiert bin. Ich, ich hab meinen Freund getroffen und er saß mit seiner Freundin und aß eine Pizza. Und dann, ich sagte, ich muss früher gehen, weil ich morgen Sport halt treiben muss. Äh, und der eigentliche Grund war auch, weil ich sehr Hunger hatte, gegen diesen Binge-Ding. Und du wolltest nicht dort eine Pizza essen. Und ich wollte nicht dort eine Pizza essen, weil Pizza ja ungesund ist. Wow. Genau. Und mein Freund hat gesagt, okay, super, cool. Und die Freundin hat mich angeschaut mit großen Augen und sagte, etwas stimmt mit dir nicht. Du bist, du spinnst. aber nicht so als Witz oder ironisch, sondern sie hat wirklich etwas, ich hab gespürt, dass sie es gemerkt hat. Und ich hab, im Nachhinein hab ich gemerkt auch, dass ich so verstanden habe, dass etwas stimmt nicht. und ich denke wirklich, auch mal seine Gefühle zu sein, seine Schwächen, nicht immer perfekt zu sein, ist eigentlich nur eine Stärke, weil man zeigt, dass man offen ist, sich zu verbessern. Und das wäre auch mein Tipp für Frauen, wenn etwas nicht stimmt bei uns Männern, sagt es. Wir werden es zwar vielleicht nicht zeigen, weil wir stark sein wollen, aber Frauen sollen es unbedingt erwähnen und Männern sollen es unbedingt zugeben. Das ist so schön gesagt. Echt. Also, und was, wenn wir das immer öfters dann den Männern sagen, aber es wird nicht gehört? Denkst du, es wird trotzdem ignore-registriert? Nein, deswegen sage ich, Frauen sollen es mehr sagen und Männern sollen mehr zuhören und auch mal ihre Schwäche zeigen. Weint. Also, wenn ihr meint, ihr habt etwas Falsches gemacht, wenn ihr meint, dass jetzt etwas fehlt in euch, etwas stimmt nicht, unbedingt sagen. Ich meine, was passiert, wenn du es nicht sagst? Du wirst es immer in dir behalten und es wird deinen Alltag stören, deine Ziele stören. Wenn du es sagst, dann bist du offen und überlegst nicht nur selber, wie du das Problem löst, sondern mit allen anderen auch. Also, wenn du deine Schwäche zeigst, ist es nur hilfreich für dich selber, weil du dann eigentlich mit anderen Menschen diese Schwächen dann löst und dich verbesserst. Ja, transparent sein mit den Gefühlen. Genau. Aber wir werden trotzdem von klein auf getrimmt, in gewissen Kulturen stark zu sein und Emotionen nicht zu zeigen. What you suppress, you express, he? Genau, absolut. Und auf Social Media, man sieht immer nur ein Lächeln, deswegen meint man auch, dass im Leben man nur lächeln soll. das Töne wieder so, ja, das ist ja typisch, aber the truth is, das ist wirklich, im Unterbewusstsein ist es so, dass man wirklich meint, ja, man muss immer lächeln, man muss immer perfekt sein. Aber ein Mensch ist nicht perfekt, das macht ihn ja auch zum Menschen. Und das auch zu zeigen, zu gestehen, ist eine der wichtigsten Stärken. Was würdest du sagen sind deine Schwächen? Meine Schwächen? Ich, zum Beispiel, etwas, was ich viel zu lange gedacht habe, ist, dass ich so ein Superhero bin. Eigentlich der perfekte Mensch versucht habe, mich zu formen. Zum Beispiel ein Buch, das ich sehr mochte und den man auch mag, aber nicht mehr aus dem gleichen Grund, ist Zarathustra von Nietzsche. Und Nietzsche spricht eigentlich von der Idee, von diesem Übermenschen. Und ich sah mich, ihr werdet jetzt lachen, aber so ein bisschen das Übermenschen. Ich dachte immer, ja, Dani, jetzt kann ich, ich bin das Sportlichste, ich bin, ich kann am besten das und das. Ey, das hast du auch erreicht. Also man muss sagen, man erreicht schon Sachen, die man sich vorstellt, aber eben, guck, was es aus dir gemacht hat. Zum Beispiel auch bei der ersten Firma, die ich jetzt gegründet habe, also Startup, dort war die Idee immer, der Visionär zu sein, der perfekte Entrepreneur. Und das war immer wieder diese Vorstellung von diesem Übermenschen. Und was mir eigentlich vielmehr jetzt, also im Nachhinein sehe ich mich jetzt, also das war meine Schwäche eben, zu meinen, dass ich ein Übermensch bin. Und jetzt wurde das so eine Stärke, dass ich verstehe, dass ich ein normaler Mensch bin. Entschuldigung, dass ich mich als vielmehr als normalen Menschen sehe, bin ich eigentlich umso stärker geworden, weil ich eben sah, okay, das muss ich verbessern. Ich bin nicht perfekt. Dass diese Emotionen muss ich besser, besser einordnen. Einordnen. auch, ich verstehe andere Menschen besser. Vorher war ich immer zum Beispiel, ja, ich darf keine Emotionen zeigen. Und wenn dann jemand weinte, war ich so, oh, da ist ein schwacher Mensch. Das ist so egoistisch, weil ich meine, ich ein Übermensch bin, dass alle anderen auch Übermenschen sind. Aber jetzt, wo ich merke, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, bist du menschlicher geworden. Bin ich menschlicher geworden. Wenn jemand weint, bin ich so, oh, I know what you mean. Ich weiß wieso. Oder ich versuche, zumindest zu verstehen. Also ich verstehe, dass es weh tut. Menschen verstehen mich besser. Ich verstehe sie besser. Ich verstehe meine Schwächen besser und verbessere mich. Also eigentlich, es hat mir viel mehr im Leben gewacht zu denken, dass ich ein normaler Mensch bin, wie dass ich ein großartiger Mensch bin. In das Lied, I'm only human after all. Yes. I'm only human after all. Genau. Das habe ich öfters gehört. Wenn es dir scheiße geht, genau, genau dieses Lied hat mich immer gegroundet. Weil diese Gefühle, die ich immer unterdrückt habe, haben mich mal irgendwann mal eingefangen. Und dann habe ich gemerkt, wie schwer Emotionen eigentlich sind. Ja. Oh mein Gott, das war so die Erleuchtung für eine neue spirituelle Welt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, Emotionen sind eine Energie, es ist ein Gewicht. Ja. Trag das. Und je mehr du erfahren kannst, kannst du auch mehr tragen. Mhm. Weil dann verstehst du, wenn jemand leidet, wie schwer es dich anfühlt. Ja. Du kannst helfen, weil du es kennst. Ja. Und auch bezüglich zum Beispiel Diät. Seitdem das ich realisiert habe, dass das alles eben diese extremen Formen von, nicht nur extrem, einfach diese beschränkenden Formen von Diät nehmen, also mehr Proteine, das weniger das, irgendwie Intermittent Fasting. Ich sehe genau die gleichen Probleme bei den anderen Menschen. Und dadurch, dass ich eben diesen, dass ich eigentlich gemerkt habe, ich war schwach, sehe ich diese Schwäche jetzt auch bei anderen. und das macht mich nur noch stärker, gibt mir nur noch mehr Empathie. Ja. Und ja, also hört auf euren Körper, akzeptiert Schwächen und seid ihr selbst. Sehr schön gesagt. Ich denke, das war auch die ganze Intention dieses Podcasts, dass wir genau mal aus der anderen Perspektive heraus erzählen können, was du erfahren hast und ich denke, das wird definitiv der Überbegriff sein von diesem Podcast, die manipulative Welt der Fitnessindustrie auf Social Media. Ist so. Aber wir werden ja tagtäglich manipuliert, aber einfach mal diese Brille aufzusetzen und richtig zu filtrieren, so okay, wo soll ich meinen Fokus hinstellen oder hinvisualisieren? Weil wir werden so verblendet, deshalb die Sonnebrille sollte irgendwie doch noch an dir dran sein, sein, weil es ist so manipulativ, dass du dann gar nicht mehr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden kannst. Aber du fühlst es, was dein Körper gut tut, welcher Mensch uns gut tut. Ja. Alles wird viel bewusster, was du anziehst, was du isst, was du denkst. Bewusstes Denken heisst auch, dient mir dieser Gedanke heute oder nicht? Absolut. Schaut nicht immer auf diese Apps. Schaut nicht immer auf was andere wollen. Hört einfach mal eurem Körper zu. Der Körper ist nicht blöd. Wenn man Intermittent Fasting macht, dann wird man automatisch, also man hat zwar nicht etwas, also kein Frühstück gegessen, aber dann isst man halt am Mittag mehr. Ja. Der Körper wird sich denken, hey, was soll das? Ich brauche Essen. Und dann fragt dann mehr nach dem. Hört eurem Körper zu. Das gleiche auch mit, er ist nicht blöd. Das gleiche zum Beispiel auch mit Zucker und Fett. In den 70er Jahren wurde in Amerika extrem diese Idee gepusht, dass Fett ungesund ist. Und das wurde nicht wegen Gesundheitsgründen vorangetrieben, diese Idee, sondern wegen einer Industrie, die Geld rauszog. Weil was sie machten, sie verkauften dann Essen mit mehr Kohlenhydrate. Und was passierte? Anstatt, dass Menschen weniger aßen und gesunder wurden, haben sie mehr gegessen, weil der Körper sich dachte, ja ey, was soll das? Ich brauche Energie, ich brauche Fett. Da haben Menschen im Schnitt dann viel mehr Zucker und Kohlenhydrate gegessen und ihre Kalorierzahl um 300 Kalorien vergrößert. Und das ist wieder ein Beispiel einfach davon, das hört eurem Körper zu. Was er, fragt euch mal am Morgen, okay, wie fühle ich mich heute? Was will ich erreichen? Habe ich Hunger? Habe ich nicht Hunger? So ein wichtiger Punkt. Ich mache ja ein Terminant Fasting, das weisst du. Ja. Aber ich hatte heute früh gegessen, weil ich meine Tage habe. Ja, genau. Mein Körper braucht es in diesem Zyklus. Genau. Und wie es morgen ausschaut, weiss ich nicht. Ich weiss ja nicht, wie mein Körper sich morgen fühlen wird. Ja. Aber ich mache trotzdem, also gestern bin ich auch um 11 Uhr nach Hause gekommen, ich bin von Berlin gelandet. Ich hatte mein letztes Meal um 18 Uhr am Flughafen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe ich analysiert, oh, wenn ich jetzt essen will, es wäre sowas von nur Lust. Kein Hunger. Ich habe so gut gegessen, es war nur Lust. Und da bin ich aber dann wieder gesund mit mir selbst am Vereinbaren. Mira macht das nicht, weil es ist nur Lust, es ist nicht wirklich Hunger. Aber ich wusste ja nicht, dass heute einfach das passiert, was ich habe. Ist der menschliche Zyklus, jetzt macht es natürlich auch Sinn. Und wenn ich heute Lust habe auf etwas, dann gönne ich mir das heute, weil ich bin im Zyklus. Genau. Also wenn der Körper das braucht, ob mental oder physisch, dann sollst du dir das gönnen. Natürlich alles im Maßen. Genau, das Maß. Also wenn er das generell nicht im Maßen ist, dann wird es auch, das ist, dann ist es etwas auch und nicht normal ist. Aber alles im Maßen, normal, nicht ein Übermensch. Ja. Das wird dir eigentlich deine Identität formen und ich denke zumindest, dich am meisten vorantreiben. Ja. Mega schön gesagt. Wirklich. Also ich denke, der Podcast, der hat einfach jetzt eine klare Message, dass Moderation alles ist. Im Maße heißt das. Aber trotzdem eben, es gibt ganz viele jetzt, die wahrscheinlich den Podcast hören und denken, aber das haben wir nicht angesprochen und dies haben wir nicht angesprochen und das. Aber es sind ja so viele Themen da draußen, dass wir jetzt mal aus einer Perspektive das geteilt haben. Es ist mega wichtig, das auch jetzt am Schluss zu sagen, weil alles, was du ja mit deinem neuen Bewusstsein erreichen möchtest, ist, dass du sie wissen lässt, dass das Extreme, was da draußen gepusht wird, dich so mental kaputt gemacht hat mit nur 20 Jahren. Du bist nicht der Einzige da draußen, denen es so geht. Nein. Sondern alle, die Social Media aktiv sind. Das fängt schon bei meiner Cousine an, die zwölf ist. Ja, also bei mir war es extrem. Ich sehe es jetzt bei meinen Freunden. Genau das gleiche Problem. Körperdysmophie. Sie haben Angst, dass sie fett sind. Sie haben Angst, dass sie nicht Intermittent Fasting machen, weil sie dann ungesund sind. Und ich bin da und frage mich jetzt im Nachhinein, ja, guck, das ist mir eigentlich egal. Ich mag dich, weil du das erreichen wirst im Leben, nicht weil du so aussiehst. Weil du mich gut fühlen lässt. Genau. Okay. Also auch, wirklich, verbringt nicht, das ist etwas, was du im Militär lernt, also durch Zwang, weil du hast keine Option, aber nicht mehr viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Social Media ist ein super Tool zum Freunde kennenlernen, Menschen kennenlernen, Ideen verbreiten. Aber es ist ein schreckliches Tool. Und dann noch in der technologischen Welt unterwegs mit einem Start-up. Also, witzig, ne? Aber das ist ein schreckliches Tool zum Informationen erhalten, also kontenmäßig. Und ich habe jetzt ein paar erfolgreiche Menschen auf Social Media getroffen und lustigerweise, sie sagen mir immer, ich mag Social Media nicht, also ich kontinuier es gar nicht. Das Einzige, was ich mache, ist meine Ideen verbreiten und versuche eigentlich zu minimieren. Genau das gleiche mache ich jetzt auch. Also, ich bin nicht erfolgreich auf Social Media, aber ich versuche jetzt zumindest meinen Konsum von, auch wenn das nur schon zehn Minuten vorher waren oder zwanzig, auf null zu setzen und eigentlich nur versuchen, gute und schöne Ideen zu verbreiten, nicht mehr Bilder von mir oben ohne zu posten, weil das beeinflusst meine Freunde. Genau gleich, ich wurde auch so so ein Mini-Social-Influencer, Fitness-Influencer. Jeder, der was postet, hat eine Macht über irgendjemanden da draussen. Ja. Dani, danke vielmals, dass du heute so transparent und ehrlich und authentisch warst. Schwächen zeigen. Dass du die Schwäche gezeigt hast, dass du geheult hast, weil, ja, es ist wirklich ein Geschenk, sowas auch zu hören von einem Mann, der, man guckt dich an und denkt, huh, Herkulesgestalt, ne? Aber genau die haben ja auch Emotionen und es ist ein Druck aufgebaut worden, in deinem Leben der perfekte Typ sein zu müssen, geschäftlich, privat, Freundeskreis, dies und das und einfach die Maske fallen lassen, wie wir jetzt auch nach Corona gelernt haben. Wir haben keine Masken mehr an. Also auch die seelische Maske einfach fallen zu lassen ist so eine schöne Stärke. Danke vielmals. Sehr schön zusammengefasst. Wow, ja, irgendwie schon, und auch das mit egoistisch, egoist mich, oder ego frisst mich, irgendwie sowas. Das passt perfekt und das ist genau das. Wortspiele, die haben immer was. Hey, danke dir. Dani, darf man dein Instagram-Account veröffentlichen? Ja, natürlich. Also, ich werde das jetzt auch oft, also ich poste das auch und werde auch meinen Fehler posten und ab jetzt auch meine, nicht mehr perfekten Bilder und meine Schwächen auch posten. Okay, wie kann man dir folgen auf? Daniel Lanyo, das wäre Daniel, ganz normal, und Lanyo ist L-A-G-N-A-O-X. Ja, oder für Jugo ist Lanyo mit N-J. So hat mir nämlich Andri, meine beste Freundin, hat mir das gesteckt. Lanyo mit N, musst du unbedingt sagen. Genau. Ja, ich freue mich wirklich, dass du heute hier warst. Ich danke dir für deine Zeit. Danke dir. Und vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu liken, zu teilen, zu bewerten. Ja, und weiterzuleiten, weil diese Message kann jemandem da draußen helfen, sich einfach weniger Druck zu machen um mehr Leben zu erleben. Genau. Vielen Dank für alles. Schöne Woche wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.